Hallo Freunde der Filmunterhaltung und herzlich willkommen zu meiner Filmbewertung von dem Film Brady's Ladies. In diesem Film geht es um vier, ein bisschen in die Jahre gekommene Damen. Und zwar geht es um Trish, gespielt von Jane Fonda, die man aus Das Schwiegermonster kennt. Mara, gespielt von Rita Moreno, die man aus der 2021 Version von Rest Side Story kennt. Und dann Betty, gespielt von Sally Field, die man zum Beispiel aus The Amazing Spider-Man kennt. Und Lou, gespielt von Lily Tomlin, die man aus Der Rosa-Rote Panther 2 kennt. Und diese Mädels gucken seit einigen Jahren Football und haben auch da so einige, falls etwas lustigere Traditionen. Und vergöttern auf Verdei und Verderb Tom Brady, der übrigens den Film auch mitproduziert hat. Diese vier Damen sind so hin und weg und wollen noch einmal ein, in Anführungsstrichen, letztes großes Abenteuer machen. Und zwar wollen sie zum Super Bowl. Aber da die Karten vom Super Bowl ja nahezu unbezahlbar sind, versuchen sie bei einem Gewinnspiel mitzumachen, um die Karten zu gewinnen. Und das macht jeder auf seine eigene Art und Weise. Und jeder versucht die Karten, vier Karten nämlich für alle zu gewinnen. Und tatsächlich liegen auf einmal vier Karten für den Super Bowl auf den Tisch. Und die Freude der Mädels ist natürlich riesig. Sie freuen sich so riesig, endlich mal ihren Tom Brady mal ein bisschen aus der Nähe zu sehen und nicht nur vom Fernsehen her. Also packen sie ihre Sachen und fahren zum Super Bowl. Soll, sie kommen auch so ein paar Tage vorher an, machen dann so die Super Bowl Experience mit und so weiter, schauen sich da so diverse Sachen an und so. Und Betty macht bei einem Chicken Wing Essen mit, bei einem Bettessen, wo es halt viel scharfe Soße auf Chicken Wings gibt und so. Und dann macht sie dann halt einfach mal mit. Und sie hat aber die Tickets in ihrer Brusttasche und legt die Brusttasche weg. Sie gewinnt den ganzen Wettbewerb und vergisst auf einmal die Tasche bei dem Wettbewerb. Und ich muss sagen, der Film ist absolut lustig. Also, die vier Damen haben das Schauspielerisch immer noch sowas von gewaltig drauf. Also, die Mädels sind ja wirklich schon, also 70 und drüber. Und das wird teilweise, was sie da abgeliefert haben, war glaube ich für die schon recht anstrengend. Und, aber wie die das gespielt haben, also, man hat wirklich, es gibt bei dem Film wirklich ein schönes Erzähltempo. Es gibt da viele Auf- und Ab-Momente. Aber man hat wirklich, auch wenn, sag ich jetzt mal, es relativ einfach gehalten ist, so schön eine Erzählstory, so schön die Charaktere ausgearbeitet. Man hat wirklich versucht, jedem so eine gewisse Merkmale mitzugeben, womit man die Mädels voneinander unterscheidet. Jeder hat so seine kleinen Probleme, um Päckchen miteinander zu tragen. Ach, das ist echt super gemacht. Also, da muss man sagen, da hat man sich wirklich viele Gedanken gemacht, wie man solche Mädels in Charaktere packen, wie man das dann umsetzen kann. Also, das ist top. Also, da muss ich sagen, da haben sie sich wirklich gut was einfallen lassen. Und auch so die Szenen mit Tom Brady, die dabei sind, im Gegensatz zu er, wo es ja um Michael Jordan ging, der aber da wirklich so gut wie nicht zu sehen war, ist aber bei diesem Film Tom Brady wirklich mit am Start. Also, man sieht ihn, man hört ihn. Also, der ist da wirklich mit in den Filmen drin. Auch wenn er da, sag ich jetzt mal, mehr oder weniger einfach nur so Randfigur ist und kein hier Tom Brady, ich bin der allergeilste, supertolle Film und schau mich an, ich bin der Wichtigste im Film. Nein, er ist wirklich mehr so, ja, sagen wir mal, so der Held, den sie halt anhimmeln. Aber der Film ist so ein bisschen mehr nach dem Motto, der Weg ist das Ziel. Denn der Super Bowl ist das eine, aber alles, was davor passiert, ist erstmal das andere. Und von daher, echt gut gemacht. Also, ich bin wirklich zufrieden. Also, dafür lohnt es sich definitiv, ein Kinoticket zu kaufen. Aber erstmal, die Mädels, denen braucht man Schauspielerei nicht mehr zu erklären. Das wissen die. Und man muss auch sagen, man hat wohl, glaube ich, auch gut mit der NFL kooperiert. Denn sowohl die NFL-Logos waren überall zu sehen und auch so ein paar andere Embleme und Zeichen und sowas, alles waren dort zu sehen, die mit dem Football involviert sind. Und also, da scheint man auch wirklich in der Hinsicht gut nachgedacht und gut verhandelt zu haben. Also, ich muss sagen, top. Also, der Film hat mir von vorne bis hinten gut gefallen. Es gab keine Momente, wo ich mir gedacht habe, okay, mhm, nein, nee. Also, da gab es wirklich immer irgendwas zu sehen. Irgendwas, irgendein Lacher, irgendeinen spannenden Moment. Ein bisschen hier, ein bisschen da was von. Also, man hat da wirklich einen absolut interessanten Film auf die Beine gestellt. Und welche Bewertung ich euch den Film gebe, sage ich nach der Werbung für meinen Shop. Hallo Leute, hier ist der MC Rossi Fanshop. Hier gibt es vieles von euren Lieblingsstreamer und Content Creator. T-Shirts, Tourenbeutel, Hoodies und vieles, vieles mehr. Ja, geht auf den Link in der Videobeschreibung und holt euch eure Produkte. Hier gibt es jede Menge. Schaut es euch an und kauft fleißig ein. MC Rossi Shop, alles, was ihr braucht. Ja, da sind wir wieder. Also, Brady's Ladies. Ich muss sagen, der Film war super. Ich habe gelacht, der Film hat Humor, der Film hat ein Prisegefühl. Der Film hat gute geschriebene Charaktere. Tom Brady ist tatsächlich mit als Produzent auch dabei. Und wenn das der Superbowl ist, muss ich sagen, joa, das muss wohl für viele wirklich der Event des Jahres sein und der Event des Lebens sein für manche. Also, das muss wohl ein Spektakel dort sein. Also, ich habe mir den zwar schon mal angeguckt und so, aber ich bin jetzt kein so großer Football-Fan, dass ich jetzt irgendwelche Spiele gucke, großartig oder so. Aber das muss wohl wirklich für die vier Mädels das Event des Lebens gewesen sein. Und man kann sich wirklich hundertprozentig in die Charaktere hineinversetzen. Der Film macht riesen Laune. Also, dafür lohnt es sich definitiv, ein Kinoticket zu holen. Und somit gebe ich den Film zwischen vier und fünf Totenköpfe. Weil der Film wirklich kaum Wünsche offen lässt und der Film wirklich riesen Spaß macht. Tolle Charaktere, super Drehbuch. Also, da muss ich sagen, hat man sehr, sehr viel richtig gemacht. Ja, wenn euch gefällt, was ich mache, dann lasst doch mal ein Abo und ein Like da. Und schaut auch mal unten in die Videobeschreibung. Da sind ein paar interessante Links, die für den einen oder anderen für euch wahrscheinlich interessant sein könnten. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis demnächst.